so meinst du hier ist Shimoto Live und zwar eine kleine Info zu unserem Server den wir ja jetzt seit einem dritten Monat haben, der auch recht gut besucht ist immer abends der ist ab heute gewhitelistet also es kann halt nicht mehr jeder einfach so rauf kommen sondern die leute müssen natürlich auf den Server joinen, da werden so ein TS verwiesen und dann gucken wir uns die Profile an und werden dann freigeschaltet aufgrund der diversen Heckerangriffe die wir hatten in den letzten Tagen war doch ganz schön viel habt ihr ja gesehen was ich so hin dann auf meinen Kanal, das war doch schon ermüdend ehrlich gesagt, ich bin nur noch nach Hause gekommen nach der Arbeit habe ich nur vor dem Rechner gesetzt und überall kennen mir die ganzen Leute angeguckt bis abends 20 Uhr und das ist für mich kein Spiel, ich bezahle für einen Server den ich persönlich gar nicht nutze ehrlich gesagt und das möchte ich auch damit wieder ein bisschen verhindern ich möchte trotzdem wieder aktiv spielen und deswegen ist das jetzt gewhitelistet wir hatten auch die Leute gefragt hier im Ingame ob die davon halten würden bei den Server Whitelisten, die meisten haben für ja bestimmt man sagt ja immer so eine Whitelist macht einen Server kaputt aber in dem verlaufe ich mal nicht weil doch viele noch aktiv spielen möchten halt und auch gefallen an den Server finden das finde ich auch ganz gut dann möchte ich immer bei den Leuten bedanken die mich im Stream unterstützt haben mit den Donations also wird der, der den ersten typischer bezahlt und der zweite Monat wurde komplett durch die Zuschauer bezahlt, fand ich echt klasse, also vielen Dank immer dafür Leute und der dritte Monat wurde der Hälfte Zuschauer und Hälfte von mir, also mega großen Dank an die Community, vielen vielen Dank Leute von daher wie gesagt ist es gewhitelistet, wer Bock hat nochmal zu spielen und nochmal was versuchen der kann gerne auf den Server-Join-IP ist unten in der Beschreibung und dann ja man schießt sich, ne genau Dankeschön, Tschüss Also geht's